Hallo meine Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich bei Thomas Merl für die Nominierung der ALS Ice Bucket Challenge. Natürlich werde ich auch ich meinen Anteil zu der ALS Forschung leisten. Des Weiteren nominiere ich folgende Kandidaten. Simon Halb, Sarah Denado und Tobias Heinen. Als spezielle Nominierung wähle ich noch einen Mitglied aus der Band Ramstein aus, da dem Management schon etwas länger eine E-Mail vorliegt, die bis heute noch unbeantwortet ist. Und zwar den Schlagzeuger Christoph Schneider. Zu ihrer Information, dieses reines biologisch abbaubares Wasser aus der Rohrbach. Arschkalt, aber es soll doch sein. Feuer frei! 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 Untertitelung des ZDF, 2020